Super, dass wir uns wieder sehen. Ich freue mich. Das vorige Lernvideo, das war ja der Weltvertrus. Jetzt kommt das nächste. Jetzt packen wir das Dingel-Dongel-Wassermüll. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wir sind jetzt in Astur, in unserem Fall, auf der dritten Reihe. So, dann brauchen wir eine kleine Einleitung. Eins und zwei und... Zählen. Dann... Schön weiterrutschen. Alles mit vier, fünf... Dann kommt der Kreuzgriff. Ich spiele das noch mal. Eins und zwei und... Dann geht schon die Strophe los. Zug. Dann kann man einen Kreuzgriff machen. Gowel. Dann eine Oktave. Dann machen wir das mit den Sechzehnteln. Gleiche Melodie. Ganz eine einfache Sache. Ganz eine lustige. Viel Spaß und ich freue mich schon auf das nächste Lernvideo. und ich freue mich. Das ist das mit der Ahnung. Dann können wir das mit der Diab ownership machen. Ein stabiles. dann kann man ja auch mal in die Perlücke machen. Dann geht schon mal ab und weiter. Dann machen wir das mit dem Neubring. Dann geht's um die Hindernis.